Hallo, wir haben jetzt den dritten Tag. Ich bin gerade mit meinem Papa und Tom in so einem Technikgeschäft, um ein Aufladegerät für meine Kamera zu holen. Da wir das leider vergessen haben, naja, mal gucken, ob die sowas hier überhaupt haben. Sonst muss ich nur mit der GoFrau von Tom hier flippen. Ja, wir gehen nachher noch Tart fahren, das wird bestimmt ganz cool. Haben die natürlich nicht, wie ich mir schon gedacht habe. Das heißt, wir müssen jetzt auf Palma besorgen. Scheiße. So, wir waren jetzt in mehreren Läden, haben geguckt, ob es dieses Aufladekabel da gibt, aber nein, natürlich nicht. Super, dass man es vergessen hat. Scheiße. Ja, deswegen werde ich jetzt halt mit der GoPro von Tom Film. Ist ein bisschen ätzend, weil ich mich da drin nicht sehen kann. Naja, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen Kart fahren gehen. Wird auf jeden Fall ganz cool, glaube ich. Haben wir jetzt hier auf Mallorca noch nicht gemacht, aber macht bestimmt ziemlich Spaß. Ich glaube gerade zur Gästefinka, die extra für uns ist, wo wir unsere ganzen Sachen haben und Tom und Anni sind. Und dann packen wir unsere Sachen und dann geht's los zum Kart fahren. So, wir sind jetzt da. Hier ist die Strecke, auf der wir gleich fahren werden. So, die Bande geht jetzt hier Karten. Ich habe natürlich die tolle Aufgabe hier zu filmen. Papa zahlt und darf noch nicht mehr mitmachen, aber so ist das halt. schon ist der Spass wieder vorbei. So, jetzt kommen hier Fachgespräche, Benzin-Gespräche. So. Hier weiter war für alle Platz gemacht. Ja, also. So, ja, das war's mit dem Kart fahren. So ist es gelaufen. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Finca. Da wird was gegessen und dann geht's noch mal ein bisschen in den Pool, würde ich sagen. So, ja. So, Kart fahren war auf jeden Fall super geil. Hat mega Spaß gemacht. Jetzt wollen wir gerne noch ein bisschen einkaufen. Wir machen uns jetzt auf dem Weg nach Hause, kochen dann. Werden kommen eher. Dann gehen wir vielleicht noch in den Pool. Müssen wir mal gucken. Togels wieder schreien. Dann, he he. Ja. Und dann geht's morgen ab nach Beimar und immer morgen ab 2. Kalifornien war. Dann machen wir dann alleine schon den Pool. Und dann ist schon auch ganz fett hier. Dann sind wir heute gleich hier. Das war's mit unserer mir. Und dann geht's noch mal. Das war's mit dem Pool. Der war's mit dem Pool. Das war's mit einem Pool. Dann gehen wir jetzt mal. Und dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir mal.